Ich habe schon gedacht, du kommst nie. Das sind die Worte, die Jesus Christus über die Ehe gesprochen hat. So frage ich dich, Kelly, willst du diesen Mann, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, so sag ja. Ja. Scott, willst du diese Frau, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, so sag ja. Ja. Das will ich. Na schön, Alexander, wie schlecht steht es um meine Finanzen? Ja. Ja.